Boah, und deswegen hätte ich keine Speichern wollen. Ich war ja schon froh, dass ich überhaupt da hochgekommen bin. Aber nee, der Affe muss natürlich zicken. Kann ich schon noch was vergessen. Okay, geschafft. Meine Güte. Doch keine drei Parts. Halbwegs mit Ansage war. Das wollte ich das Spiel jetzt nicht auf sich sitzen lassen. Ach, komm schon. Ich trau mich nicht darunter, aber da ist eine Tue. Ich habe Angst, dass ich dann wieder... ...den Weg nochmal gehen muss. Okay, da kommen wir wieder rauf. Ja, komm. Wird schon... ...wieder drauf kommen können. Elixier, okay. Ist ja schon mal nicht schlecht. Nur die Huse sind hier rum. Da oben ist wieder irgendwas... ...böse Aua macht. Ich habe die Befürchtung, wir müssen hier wieder das Dingen balancieren. Wir dürfen uns natürlich nicht von den Scheißgängern treffen lassen. Alter. Was denn? Äh, äh. Hab doch getroffen. War doch super dran. Das kann ich was hier haben. So, äh. Ich bin wieder rauf. War doch super. Hätte ich niemals mit gerechnet, dass das läuft. Komisch. Was sind das denn, ey? Wie Kaulquappen. Ach komm, ich dachte, der wäre kaputt. Warum hat mein zweiter Schlag den nicht getroffen? Geh weg. Ich will das Ding hier kaputt machen. Verarscht mich nicht. Du bist dreckig. Oh, das hängt nicht wieder an irgendwelchen Kannen. Ich will hier rauf. Irgendwie bin ich froh, wenn wir aus dem Weihrauch sind. Oh, wenn es ein cooles Setting ist. Komm schon. Okay. Warum springst du denn wieder nicht? Oh, ich... Nicht ein Anfall. Das ist so kurz. Der Sprung. Was soll denn das? Also der Schalter macht ja nicht mehr, als den nach oben. Ist auch irgendwie komisch. Das will der Schlüssel sein. Oh, jetzt hat er es auch geschafft. Ich dachte schon, ich mache irgendwas falsch. Ähm, Timing wieder oder sowas. Aber, nö. Gut. Haben wir den Schlüssel. Können wir jetzt hier runter? Oh, die Kanonen und Kugeln sind auch vorbei. Kein Wunder, dass der arme Wall so Beschwerden hat. Bei dem, was hier abgeht. Aber der Mephisto hat ja den Schlüssel nicht in den Wall packen wollen. Also es scheint, dann muss es ja eigentlich random sein, was mit dem Tier passiert, dass der Schlüssel abbekommt. Herzbereich. Das ist was für das Erd-Element. Man sollte vielleicht auch das Erd-Element auswählen. Hätte was für sich. Okay. Ich habe es befürchtet. Hui. Dartweil. Geh weg, du scheiß Vieh. Was soll das? Boah, ich... Ich habe ihn noch erwischt. Der hat mich absolut... Deswegen nur behindern wollen. Weil sonst... Ne, hier. Oh, jala, jala, jala. Aber wenn ein Dartfall da war. Das ist so programmiert, dass du die Items extra nicht kriegen kannst. Was gerade bei den Dartfallen noch viel fieser ist. Weil du Millionen Stück davon brauchst. Ey, jetzt seh doch keinen. Ey. Ach ja, komm. Also, fieser konnte er es nicht machen, ne? Aha. Ich bleib jetzt hier drauf. So. Ich bin doch hier nicht von euch verarschen. Verbindungsstille zum Herzbereich. Soll heißen, ich soll da drauf springen, wa? Hey, da ist jemand drin. Wegstück gesichert. Was zum... Was ist hier los? Ah, verdammt. Ich komme immer noch nicht zu der blöden Tür. Aber ich hätte es erkannt, da ist jemand drin. In der Tür. Also, in dem Herzbereich da. Okay. Aber, ähm... Was war denn jetzt dann lang? 500 Gold. Muss ich da jetzt wieder irgendeinen Weg aufgetan haben. Jetzt gucke ich nochmal hier. Kannst du mich jetzt zurücklaufen? Weil da rauf komme ich ja auch nicht. Ne. Macht da nicht mit. Komme ich drunter? Ne, auch nicht. Kann ich jetzt erstmal nur zurücklaufen. Eine andere Chance habe ich jetzt erstmal nicht. Und da werde ich wahrscheinlich nicht wieder hin müssen. War ja nix. So, dann. Mehr Plattformen sind hier auch nicht aufgetaucht. Vielleicht kommt er noch nicht darüber. Weil er so dick ist. Kann er nicht so springen wie wir. Hey. Soll ich sie nicht hauen? Also, so geht das. Eine Brücke. Aha. Flint muss es getan haben. Okay. Nur noch eins. Und wir kommen darüber. Joa. Können nochmal heil und speichern gehen. Auf jeden Fall. Ob wir jetzt irgendwo was. Irgendwie was. Aber hier ist auch nix. Auch die. Ah, hier kann ich auch nicht. Eigentlich nicht mehr runter. Weil, da ist ja jetzt alles voller Säure. Hm. Ja, erstmal speichern. Daten gespeichern. Daten gespeichert. Es ist immer noch das eine Portal nicht da. Um zum Herzbereich zu gelangen, müssen wir noch etwas tun. Vielleicht haben wir in der Lunge etwas übersehen. Vielleicht kommt man von... Kommt man da vom Mund aus hin. Ah, okay. Also... Doch so einfach. Flint beide. Ich finde, die drei Lekte, wir müssen hier raus. Ihr seid ja so produktiv mit dabei. Der Händler muss da drin sein, oder? Nein. Nicht. Wo kommen die Kissen her? Meine Holzkissen ist da lang geschwommen. Na, die brauche ich sowieso nicht mehr. Ähm... Vielleicht ist es doch ein Elixierverkauf, weil es nämlich neun... Machen wir. Aber wir versinnen bestimmt noch mal eins. Okay, hier sind jetzt die Kisten. Das ist verdächtig. Zum Stapeln. Dazu die Frage, ob wir das auch so gut hinkriegen. Ich könnte es versuchen. Ja, das ist eigentlich nicht so, wie ich mir gedacht habe, ne? Warum wirft es denn da so kurz? Das soll mal einer verstehen. So. Zack. Sieht doch schon mal gut aus. Vielleicht brauchen wir sogar eine weniger, weil ich hier auf diesem Rand angefangen habe. Okay, das macht er so nicht. Das war klar. Das musste ja sein. Das war ein Arsch, ey. Wenn ich den ziehen tue, passt das auch. Jo, haben wir sogar eine weniger gebraucht. Klappt. Luftröhrenbereich. Das war. Alle Wahrscheinlichkeit kaputt machen. Boah, ha, ha, ha. Hab ich voll erwischt. Den auch. Ich habe die Münze eingesammelt, bevor der es hier getriggert hat, hier zu öffnen. Und hier ist noch ein Hebel, ne? Okay. Können wir aber nicht mehr umlegen. Kann man anscheinend schon. Ich weiß es nicht. Wenn das nicht mal wieder eine Zeitgeschichte ist. Ja. War ja klar. Ach so, ich muss hier durchrutschen. Hey. Hey. Doch, gerade. Was ist denn jetzt? Ach komm, ich drück doch die ganze Zeit den Kreis. Die Zeit ist so gering und dann darf ich mich nicht hitten lassen. Ich glaube, ich darf mich nicht hitten lassen. Was? Ich habe mich nicht hitten lassen. 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 Tür Hier weg Ich muss gegen den Schild, ne? Oh, komm Ich will doch da rauf Komm ich ja jetzt nicht mehr rauf Das war jetzt verarsche Muss ich, ach nee, warte mal, das ist glaube ich, ähm Äh, Windelement, ne? Ich glaube, da brauche ich das Windelement Einfach nur Ja 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 Ja